Moin moin Leute und willkommen zu einem neuen Part. Let's play Shadow of War. Und ja, im letzten Part sind wir am Ende vom Part von Moog, dem Fehler gekehlt wurden, nachdem wir einen anderen Hauptmann gekehlt haben. Er ist auch ad instant seinen Platz seingenommen. Und ich würde sagen, wir haben jetzt diesen Blutracheauftrag, der läuft. Der läuft noch drei Züge. Und ich weiß jetzt, wie wir Moog angreifen können, was für Schwächen er hat. Und ich möchte mich tatsächlich an ihm rächen. Denn währenddessen halten wir natürlich weiter Ausschau nach Würmern, um die anderen Hauptmänner auch aufdecken zu können. Und das schaffen wir auch, denn Würmer gibt es wirklich genug in dem Game. Jetzt möchte ich... Sorry. Ich wollte Killebrim... Killebrimbor nicht unterbrechen. Und... Ach ja, hier unten haben wir jetzt auch neue. Äh, einen neuen. Weil der ja vorher noch nicht... Äh, einer ist ja auch gestorben, hier unten schon. Und jetzt ist da... steht da ein neuer. Decken wir doch mal hier den auf. Griecher Feuerbeschwörer. Hat eine panische Angst vor Moogail fliegen. Das ist Level 5. Ist der Mystiker-Stamm Gauna. Ist ein Mystiker-Stamm Gauna. Das ist ein Weichschädel, ja. Okay, was ist denn die Klasse Gauna? Erweiterte Klasse. Ein Experte in Überraschungsangriffen und unerwarteten Taktiken, was Feinde verwirrt. Der Gauna ist schwer einschätzbar. Er hat eine Rauchbombe, um seinen Feinden zu entkommen. Und Mystiker-Klinge. Nutzt die Macht der Schatten, um direkt neben dir aufzutauchen. Daraufhin schlägt er mit einer tödlichen Morgul-Klinge zu. Und hat auch die Klasse Jagd-Sperr. Die werfen. Interessant. Und er hat eine flammende Waffe. Also die Kombinationen, die es in dem Game gibt. Das sind ja nochmal 2, 3, 4, 5 Welten höher. Als Shadow of Mordor. Also da bin ich wirklich beeindruckt. Und begeistert. Tatsächlich. Also ich finde das richtig, richtig gut. So, die Würmer hauen ja immer ab, wie wir kennen. Wie wir es wissen. Dann laufen wir dem mal hinterher. Und sagen, du bist mein. Wer ist denn jetzt eigentlich aufgestiegen für unseren Tod? Und hat den Platz. Hork, die Ausgeburt. Leckerer Typ. Ist tödlich in Flamma. Schreckensstamm. Schreckensstamm. Schlechter. Giftig. Ich bin teilweise so aufgeregt, dass ich gar nicht mehr lesen kann. So, er ist giftfest. Das habe ich mir fast gedacht. Er ist schlechter. Ja, das kennen wir. Dreifacher Angriff kennen wir auch. Und Schreckensketten kennen wir auch. Auch ein Sperrwerf. Und seine Waffe ist vergiftet. Die seine Gegner vergiften kann. Okay, Hork, die Ausgeburt sieht auch nicht mehr so lecker aus. Hat, glaube ich, schon einiges gesehen. Sehr cool. Sehr, sehr cooler Hauptmann. Ich finde ja dieses Prinzip von den Mittelerde-Teilen eh mega geil. Und, äh, ja, feiere das immer ziemlich. Den einen Wurm hätte ich da trotzdem gerne noch, der da gerade abhaut. Nur ist die Frage, komme ich da hinterher? Ja, tut er tatsächlich. Oh, warte mal, da ist der Fehler in der Nähe. Da ist, äh, an dem wir uns rächen wollen. Der Dude ist in der Nähe. Muss ich dafür noch irgendwas tun, um mich an dem zu rächen? Okay, ich kann mich auch instinkt so auf die Leute draufschmeißen. Äh, joa, decken wir mal den hier auf. Borghu der Wyrn. Leichtes Ziel. Anfällig für Hinrichtung. Gefest, okay. Er ist giftig. Er ist giftig. Er ist vom wilden Stamm. Er ist ein Brecher. Ein Brecher. Ich habe einen Brecher gefunden. Wird erzürnt, wenn er mit einer verfluchten Waffe getroffen wird. Okay. Klasse Brecher. Schwer gerüstete Kämpfer, die gewaltigen Schaden aushalten. Der Brecher kann großen Schmerz ertragen und kurz vor dem Tod noch einmal alles geben. Welle der Macht. Setzt eine Schockwelle frei, die so mächtig ist, dass Feinde in der Nähe zurückgedrängt und desorientiert werden. Wehtklauenstamm. Greift dich an und terrorisiert dich mit gewaltigen Klingen, die auch vergiftet sind. Nicht nur seine Waffe ist vergiftet, sondern auch die Klingen. Alter. Und er ist Frontkrieger. What the hell? Also was geht ab mit euch? Was haben die für coole Sachen hier implementiert? So, da unten ist noch Moog, oder? Ist das Moog? Spüre dein Ziel auf. Komm mal. Den kann ich jetzt einfach umlegen. Ah, und hab jetzt ein Lebensjuwet gezogen. Der brennt. Wie kann ich jetzt Rache üben? Der Ork will uns hervorlaufen. Zeigen wir ihm, wie töricht sein Plan ist. Moog der Pfähler. What the hell? Er haut jetzt einfach wirklich ab. Oh, wir haben ein neues Artefakt gefunden. Der rote Pfeil ist eines von Gondors wichtigsten Symbolen. Doch nur wenige wissen, wofür er steht. Sind wir in äußerster Not, können wir den Pfeil den Menschen Rohans überreichen, die durch einen uralten Pakt dazu verpflichtet sind, uns zur Hilfe zu reiten. Wir hätten ihn zu Beginn der Belagerung einsetzen sollen. Doch die Orks umzingelten uns so schnell und Rohan ist so weit entfernt. Okay. Dann haben wir den roten Pfeil gefunden. Er hat uns absolut in den größten Hinterhalt gelockt. Er hat uns in den größten Hinterhalt gelockt, in den er uns locken konnte. Auch kein Feuer in der Nähe. Ähm. Wo haben wir Feuer in der Nähe? Ja, diesen Glewa-Angriff, ich weiß. Können wir da was explodieren lassen? Können wir das irgendwie explodieren lassen? Nein, ne? Okay. Wo haben wir... Oh ja, oh ja. Komm, 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 komm. 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 Und komm, Feuer. Konnte er durch Feuer nicht instant gekehlt werden? Doch, oder? Komm, guck mal, wie er verbrennt. Warte, ich würde es sehen. Ja. Schreckensstramm, Meuchler, episch, Alter. Ich lache mich tot. Gerecht habe ich mich. Bin ich in der Stufe aufgestehen? Nein, nicht ganz. Lastend. Doch, fürhören, fürhören. Okay. Wir haben uns am Mug... ...den Fehler gerecht. Da liegt er auf dem Boden. Er ist tot. So, wie viel haben wir hier überhaupt noch aufzudenken? Nur noch drei. Ei. Okay. Wer bist du? Ach, hier... Ne, hier müssen wir auch noch Informationen aufdenken. Okay, wir müssen zumindest auch bei denen noch die Informationen aufdenken. Also, was ich für Schwächen haben. Takra, der Schauder. Ei, ei, ei. Fernkämpfer, wie es ausschaut. Marodeurstamm Gauner. Kennen wir? Geschosshagel. Ja, das kennen wir auch schon. Mit zwei Armbrüsten gleichzeitig. Wird erzürnt, wenn er auf einen stärkeren Feind trifft. Blutsbruder. Treuer Blutsbruder von Grug. Schwarzklinge. Oh. Also, wenn wir es mit Grug zu tun haben. Oder wie wir Grug wirklich schwächen können, ist, wenn wir uns... ...seine Gunst irgendwie... ...holen sollten. Ah, belastend. Die waren jetzt nicht in der Nähe. Dass sie davon Damage bekommen haben. Ich bin dein Ende. Ähm. Erstmal das aufsammeln hier. Weil wir cool sind. Juwel des Wohlstands. Das müsste das zweite sein. Und dann haben wir das Juwel von Moog noch. Das Lebensjuwel. Alter, es sind... Ne, da ist das Juwel von Moog. Ist das legendär? Ne. Doch. Das ist der Dolch. Das gucken wir uns gleich in Ruhe an, Leute. Wird den gerne noch verhören. Also, ich laufe jetzt hier... Ich laufe jetzt hier wirklich so ein bisschen planlos durch. Und schrecke 5 Millionen Leute auf. Aber... Das hat ja alles einen Sinn. Krug. Der heißt... Einfach nur... Krug. Sieht auch aus... Geiler Federhut, Bruder. Okay. Geschosshagel, Frontkrieger. Der ist einfach noch gar nichts. Also, der gehört... Nicht so einem coolen Stamm. Oder ist nicht Teil eines coolen Stammes. Alter, haben wir viele Leute hinter uns. What the hell. Seltene Ausrüstung. Seltene und epische Waffen und Ausrüstung sind hochwertige Ausrüstungsstücke, die mit besonderen Herausforderungen versehen sind. Das Abschließen einer Herausforderung schreitet eine Bonus für dieses Ausrüstungsteil frei. Ah, das soll ich mir jetzt angucken, ne? Okay. Okay, der... Ach, das ist schon dieser Dolch, ne? Ja. Dann haben wir nicht mehr Achan, sondern den... Numenor... 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 Numenoradolch... Numen... Numenoradolch... 65 plus Schleichangriff. Führe eine Schleichtötung bei einem Hauptmann aus. Die Schleichangriffe setzen Feinde immer in Brand. Um den Bonus von seltener oder epischer Ausrüstung freizuschalten, musst du die Herausforderung meistern, während du diese Ausrüstung nutzt. Sobald du die Herausforderung abgeschlossen hast, kehre zum Inventarmenü zurück, wähle die Ausrüstung aus und halte X gedrückt, um das Ausrüstungsstück zu perfektionieren. Okay, wir haben die Herausforderung, einen Hauptmann mit einem Schleichangriff umzubringen. Crazy. Bringen wir mit einem Schleichangriff nicht immer Leute um? Du wirst gehaften. So, erstmal gucken wir uns noch die Schwächen von den Leuten hier an. Der Quäler. Der hat nicht so viele Bestienfutter. Okay, der ist... Furcht vor Flüchen? Furcht vor Flüchen. Okay. So, also das brauchen wir jetzt noch nicht so genau. Das gucken wir uns natürlich alles genau an, sollten wir uns irgendwie den Leuten stellen. In absehbarer Zukunft, da ist jetzt leider der Wurm abgehauen, der Zweite. Aber, sollten wir ja... Nein, den sollten wir ja trotzdem irgendwie kriegen, den Wurm. Dammit. Dammit. So, komm, hinterher. Da haben wir ihn doch. Okay, wir kommen der Sache näher mit dem Aufdecken. Jetzt gucken wir uns noch bei der... Hier, dem Blizzard das an. Boot der Blizzard. Panische Angst vor Schleichangriffen. Kann instant getötet werden. Ne, flieht nach einem Schleichangriff panisch. Leichtes Ziel. Anfänglich für Schleichen. Kränklich. Besonders anfällig für Gift. Okay. Okay, okay, Freundchen. Sorry. Und dann haben wir noch einen Dude, den wir komplett aufdecken können, ne? Hauen die da schon wieder ab? Yo, die hauen einfach ab. Das, was Celebrimbor sagt. Feitet der den, oder? Ach nee, das ist die Verbindung zwischen den beiden. Stimmt, Blutsbrüder. So, wen haben wir da? Thuhornkriecher. Gunza, bist du es? Ist es, ist es Gunza? Ist das das Comeback von Gunza? Alter, was für eine abgefahrene Waffe. Anfällig. Okay, er ist einfach anfällig gegenüber allem. What the hell? Was bist du? Unverwundbarkeiten. Feuerfest. Er ist immun gegen Feuerschaden. Er zürnt durch Erfrierung. Und er ist Meuchler. Gunza. Das ist das Comeback von Gunza. Ein tödlicher Assassiner, der seine Feinde am liebsten aus dem Verborgenen überfällt und rasch zu Boden bringt. Behände. Ja, das kennen wir. Wurfmesser. Steuert Wurfmesser aus der Entfernung auf dich. Schreckensketten. Das kennen wir auch. Und er ist Frontkrieger. Aber er ist gefühlt gegen alles schwach. Dann haben wir alle aufgedeckt, oder? Also, was heißt alle aufgedeckt, aber... Gondoraner überfallen das Voraussage von Turo und den Kriecher. Duell. Amok steht einem Champion Gondos im Duell gegenüber? Ey, das... Wollen wir uns das mal ansehen? Haben wir uns das schon angesehen? Gondoraner überfallen das Voraussage von Turo und den Krieger. Da sind noch verlorene Artefakte. Erinnerungen. Warte mal, Erinnerungen Kankras. Enthülle die Wahrheit über Kankras, Vergangenheit und Mordeszukunft. Okay, wir haben hier noch einiges aufzudenken. Was haben wir da? Belohnung, Verbesserung, Spinnenschwarm. Oder wir sammeln natürlich erstmal die Sachen alle auf. Uff. 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 Uff, uff, uff. Das sind aber, ähm... Wilde. Wilde. Ich will mir das Duell mal angucken. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal getan haben in dem Spiel. Aber ich glaube, wir haben einmal uns ein Duell angeguckt. Schauen wir uns doch nochmal eins an. Da kann ich nicht hochklettern. Okay. Ich möchte mal gucken, wie sich der Pirat schlägt im Duell gegen einen Champion Gondors. Was auch immer das für ein Champion sein wird. Oh, oh, oh. Da gibt's Geld. Da gibt's Geld for free. Einen nächsten Iro hat er gehabt. Nein, der hat so ein Duvel gehabt. Oh, der hat so ein Kriegerjuwel gehabt. Und der hat auch so ein Kriegerjuwel. Okay. So, lasst mich in Ruhe. Nein. Du hast mich nicht erwartet, oder? Meine schwarze Klinge hast du garantiert nicht erwartet. Nein, hab ich auch nicht. Und das möchte ich auch nicht jetzt fighten. Nein, 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 nein. Gegen den möchte ich jetzt absolut nicht fighten. Bitte sag mir nicht, die kommen hier hoch. Mein Gott. Die kommen hier einfach hoch. Bitte sag mir nicht, dass die mich weit verfolgen. Ähm, okay, er verfolgt mich immer noch. Dem gebe ich mal einen Header. Okay, die schwarze Klinge. Verfolgt mich jetzt gerade nicht mehr, oder? Da kommen jetzt Karagos hin. Alter. Wie kann ich denn meine Gesundheit aufladen? Vorher hat man ja immer diese Dinger gesammelt, die pflanzen in Shadow of Mordor. Wie kann ich denn in Shadow of War nochmal meine Gesundheit aufladen? Außer wahrscheinlich zu warten. Der hat mich einfach nicht bemerkt, wirklich. Okay, du hast es nicht verdient zu leben, Bruder. Ist der immer noch mad auf mich? Dieser krasse Hauptmann kann einfach durch Feuer gekehlt werden. Okay, meine Gesundheit regeneriert sich einfach über Zeit. So, ich bin jetzt aber nicht hier, um das zu machen. Ich bin hier, um mir ein Duell von Amuk anzugucken. Wen greift der denn an? Okay, Amuk steht einem Champion Gondos im Duell gegenüber. Belohnung 688 EP. Diesen Tag habe ich selbst ausgewählt. Vor allem, weil seine Hände so feingliedrig aussehen. Ich heiße dich mit mir, du Brut der Dunkelheit. Gondorischer Feldwebel. Wie Sieger Amuk? Äh, bevor er den Gondor... Drei Hinrichtungstötungen... Drei Hinrichtungstötungen, ähm... Okay. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, weil ich den ganz cool finde, diesen Amuk. Aber, wenn ihr das sagt... Oh, yum, yum. Die Nazgul haben es auf dich abgesehen. Schon wahr. Aber sie haben sicher nichts dagegen, wenn ich ein paar Stücke behalte. Er hat den einfach gekehlt. Ähm... Panische Angst vor Hinrichtung. Kann der durch Hinrichtung... Okay. Der flieht einfach nach einer Hinrichtung, ne? Richtig? Yo. Also, der hat jetzt den einen Dude umgebracht. Richtig? What the hell? Das macht mir Spaß, dich zu töten, Freundchen. Du bist ein Pisser, Alter. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte mir das nur angucken. Du haust jetzt eh gleich ab, wenn ich dich hier umlege. Da. Jetzt haust du ab. Jetzt flieht er. Warte. Richtig? Yo. Entsetzt. Ach, jetzt schreit er um Gnade. Ähm... Er hat Amok erwischt. Er hat Amok erwischt. Das haben die gesagt. Ähm... Wie ist der denn jetzt verbrannt? Hier geht alles, glaube ich, gerade. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Stufe... Wir sind eine Stufe aufgestiegen und haben einen Fähigkeitpunkt bekommen. Was ich schon mal gut finde. Perfekter Konter. Wie ist denn das nochmal, wenn wir Leute niederschlagen? Und was sind das für Sachen? Dolchhage. Ein Dolchhage. Um schnell einen Dolch zu werfen, der Schaden verursacht und Feinde stolpern lässt. Hm. Geschichte? Geschichten aus dem Paulaner Garten. Ach, hier ist die Elbenwut. Okay. Wie... Wie hat man nochmal... Das bekommen? Festnageln haben wir. Theorisieren. Perfekter Konter. Karagor-Reiter. Karagor-Reiter. Halte B gedrückt, um einen gebrochenen Karador zu beherrschen und auf ihn zu reiten. Ich liebe das eigentlich, ne? Dieses Reiten. Also ich finde das cool. Komm. Wir holen uns, äh, das Karagor-Reiten. Alter, wie viele Förmer hier sind. What the hell? Da will ich jetzt eigentlich nicht runterspringen. Ja, Mook. Das, äh, tut mir tatsächlich leid. Das war nicht mein Plan, dass du da auf einmal verbrennst. Weiß auch nicht so ganz, was da passiert ist. Bist du da durch die Glut gelaufen? Was für ein Trottel. Die sind voll auf mich getriggert. Ich werde nochmal eben eine Sache gucken. Wie konnte man... Kampagnen-Schwierigkeit. Kampagnen-Schwierigkeit. Erzfeind. Teste deine Fähigkeiten und überlege das Erzfeind in vollem Umfang. Gut, sind ansprungen und schlauer, wodurch du... Okay, ähm... Ja, das Erzfeind haben wir, glaube ich, mal so eingestellt, ne? Ähm, ich wollte wissen, was... Ja, Grafikeinstellung nicht wundern, dass es nicht so hoch ist. Das habe ich ja, glaube ich, mal erklärt. Angreifen, Geist betreiben, aufzehren. Ferneangriff, Geisterwelt, Schleichen, ergreifen. Fernkampf, Entfindlichkeit. Ja, finde ich eigentlich ganz okay, tatsächlich. Befehle, Geist, Elmlicht, aufzehren, Tote auferwecken. Man kann Tote auferwecken. Interessant. Fernkampf, Kampf, fortgeschritten. Glebe, Abstechen. Fleischschild, Beinfeger, A und RT gedrückt halten. Zum Greifen, Umwerfen. Schulterstoß, ARN, RB, mhm. Bodenhinrichtung, da, RT und X. Okay, easy. So war's. Das wollte ich nämlich nachgucken. Wenn die auf dem Boden so verwirrt sind, dann kann man RT und X drücken. Ähm, ja. Was mache ich denn da? Ich will das Juweli einsammeln. Boah, die haben richtig Bock auf mich. Oh. Das könnte unsere Rettung sein. Warte mal, die haben mich jetzt gefunden? Nein. Haben sie nicht. Sehr gut, sie sind noch nicht mehr... Kaum ausgebrochen, Alter. Eigentlich will ich ja nur, dass die abgelenkt sind und ich das machen kann. Ciao. Die Rüstung. Ja gut, die ist ja jetzt nicht um Welten schlechter. Okay. Da haben wir aber diese Juweli... So, jetzt haben wir doch... Haben wir schon drei von den Juweli... Ja. X halten, um die zu kombinieren. Okay. Jetzt haben wir eins von denen. Um 15% erhöhter Schaden. Ha. Und das können wir auch kombinieren. Okay. Okay, okay, okay. Und das Juweli haben wir noch nicht freigeschaltet. Also die Ju... Die Juwelen. Aber jetzt haben wir das schon mal. Das mit den Juwelen. So, jetzt renne ich mal ganz schnell weg. Ja, schlag du mal Alarm. Ja, zieht euch mal zurück. Schlag Alarm. Ähm, wie war... Oh Gott, sind das viele Leute. So. Wir hauen mal ab. Weiß noch nicht ganz wohin. Ich weiß wirklich noch nicht ganz wohin. Aber... Irgendwohin. Alter, wie sie mich... Immer noch... Ja, gut. So. Und ich möchte mal... Ähm... Ja, sammeln wir jetzt hier erst nochmal alle Sachen? Oder wie ist der Plan? Hm... Ich mein... Vom Ding her... Kann man ja mal... Noch so ein paar Artefakte... Versteckte Artefakte sammeln. Und diese Erinnerungen... Also, why not? Dieser Doppelsprung ist übrigens absolut genial. Feier den echt hart. Nein, hast du nicht. Nervt mich nicht. Danke. Und Artefakt, dritte von elf. Als Ehanur von seinem Aufeinandertreffen mit dem Hexenkönig nicht zurückkehrte, verbreitete sich die Kunde von seiner Niederlage wie ein Lauffeuer in Gondor. Die Truppen des Hexenkönigs sammelten sich wieder und eroberten schnell Ehanurs ehemalige Gebiete. Einige fielen so schnell, dass die Briefe des ersten Truchses Mardil nie ihr Ziel erreichten. Über Generationen bewahrten wir die ungelesenen Briefe auf. Dazu bestimmt, immer versiegelt und ungelesen zu bleiben. Wir wissen, dass die verlorenen Gondoraner ihre Briefe nie abholen werden. Doch wir behalten sie, um ihr Andenken zu ehren. Was wohl aus den letzten Briefen wird, die ich für meinen Vater versendet habe? Oh no, das ist eigentlich sogar ziemlich traurig. Also, ziemlich traurig. Belastend. Naja, hoffen wir mal, dass mit den Briefen irgendwas passiert ist. Damn. Okay, ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt hier einen Cut und werden im nächsten Part uns nochmal den Artefakten und diesen Erinnerungen Kankras widmen. Es tut mir leid, dass wir nicht mit der Hauptstory so groß weitermachen momentan. Aber ich finde die Sachen ultra interessant, wenn ich ehrlich bin. Von daher, ja, schauen wir mal. Ich meine, da gibt, da geht ja noch einiges, ne? Da geht ja noch einiges. Von daher, ja, würde ich sagen, Leute, gut gemacht. Äh, okay. Ah, warte mal. Okay. Hier. Hä? Habe ich nicht schon Artefakte gefunden? Doch. Gesammelt, gesammelt. Armee. Da hell. Bin grad ein bisschen verwirrt. Ist da jetzt eigentlich, apropos Armee, ist da jetzt eigentlich einer von denen da oben gefallen? Nö. Die Wächter sind da immer noch. Das ist gut. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Im nächsten Part geht's nochmal weiter. Hier mit Artefakten sammeln und so und diese Erinnerung. Und dann, äh, sehen wir uns wieder und, äh, ja, gehen dann vielleicht dann mal irgendwann die Hauptstory weiter an, ne? Von daher, Leute, bis dahin, haut rein und ciao. Danke fürs Zusehen. goo orange. Ja. сеh had. Ja.